Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zur Ankündigung einer neuen kleinen Staffel und zwar alles über. Im Folgen möchte ich gerne einige Videos machen bzw. eine kleine Videoserie starten, in dem ich euch alles über einen speziellen Blog erzähle. Und zwar möchte ich gerne mit euch zusammen das gesamte Redstone Inventar, eventuell das Transport Inventar und dann vielleicht noch ein paar andere Blöcke in Minecraft durchkauen. Dabei möchte ich mich tatsächlich immer nur auf einen dieser Blöcke konzentrieren und euch versuchen, so ziemlich alle möglichen Eigenschaften dieses Blogs zu erzählen und zu erklären. Das bedeutet, die Videos können relativ kurz sein oder die Videos können relativ lang sein. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch ein bisschen mehr über Redstone beibringe, aber ohne Grundlagen bringt es überhaupt nichts, euch irgendetwas über Redstone beizubringen. Ich glaube, dass viele von euch eine ganze Menge mittlerweile schon über Redstone wissen, aber durch diese Grundlagen, die ich euch in diesen Videos, die dann demnächst kommen werden, erkläre, werdet ihr eine ganze Menge mehr Dinge lernen und auch dann, durch das, was ich euch erzähle, in der Lage sein, Dinge miteinander zu kombinieren. Das heißt, dann versteht ihr auf jeden Fall, wie diese Blöcke funktionieren. Zum Beispiel der Redstone Lust. Viele von euch denken, ach, das ist ein super duper einfaches Material. Das ist ja einfach nur, man kann es auf den Boden lecken, setzen und dann Strom an, Strom aus. Nein, es ist leider nicht so einfach. Ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist. Diese Videos werden alle kein Intro haben, da sie in einer Playlist sind. Meine Idee ist, dass ich relativ schnell euch die wichtigsten Informationen sage. Manche Videos werden etwas länger dauern, manche etwas kürzer. Aber jedes Mal, wenn ihr euch dann ein neues Intro anseht, wird es vielleicht ein bisschen nervig. Aus diesem Grund lasse ich das Intro bei diesen Videos komplett sein, sodass ihr das als Playlist durchgucken könnt. Dieses Video hier befindet sich gerade auch in einer Playlist. Ihr könnt das Ganze als Playlist einfach gucken, so seht ihr alle Folgen direkt hintereinander, falls das alles schon hochgeladen ist. Einen Link zur Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch nun viel Spaß und hoffe, dass ich euch ein bisschen was beibringen kann. Viel Spaß in 3, 2, 1, go!